Schon wieder spinnen! Schon wieder muss ich mein Haus abfackeln und Leute, heute gibt's wieder richtig geile Videos. Also lasst ein Like da, wir gehen direkt rein, Kuss und Fats! Wenn ich diese Spinne sehen würde, dann müsste er nicht nur mal ganz dringend los! Oh Gott! Leute, wir sind auf dem Kanal von Trendspot und... Kann der Hund eigentlich flüstern? Krass! Was passiert da denn? Also, das Ding soll für richtig viel Angst sorgen, okay. Nein, die bleiben jetzt nicht oben stecken. Oh! Okay, der Rülpser... Also, der Rülpser soll sein, dass die Seele ihren Körper verlässt. Wir hören genau hin. Diggi, da ist aber wirklich die Seele rausgegangen. Uff! Muss ich ganz dringend los? Was haben wir hier? Wie ist das möglich? Joom! Okay, crazy. Was ist das? Ist das... Ein Pferdeschwanz? Äh! Habt ihr es gesehen, Leute? Mal ganz kurz zurück. Das sah ja aus, als wäre da ein Mensch in dem Baum gewesen. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist geisteskrank. Oh nein, der Kleine mit den Wasserbechern. Es gibt einen kleinen Schwapp. Okay, und der wollte, dass sein Freund ihn aufhängt, aber keine Chance, weil... Ja, so jedenfalls auch nicht der Dünste. Oh mein Gott. Was ist da in dem Schuh? Was ist da in dem... Was ist da in dem Schuh, Digga? Was ist da in dem Schuh, Mann? Diggi, was ist da in dem Schuh? Es ist so eklig. Oh! Gott! Also ganz kurz. Ich würde den Schuh, Digga, den würde ich direkt anzünden. Den würde ich anzünden, dann würde ich ihn ganz weit runterwerfen. Ungefähr zwei Kilometer ins Loch reinwerfen und darauf Stahl. Einfach Stahl kippen. Digga, mehr geht da nicht. Boah, Digga, ein Eiswasserfall? Wie cool ist das denn? Sie erwartet... Sie hat das nicht erwartet. Das ist die Caption. Sie hat das nicht erwartet. Oh mein Gott! Hast du das gesehen, Digga? Direkt die Bestellung umgesetzt. Oh, man soll den blauen Ball finden in der Mitte. Fahrt er, glaube ich, gerade. Links. Eins. Eins. Ja, es ist eins. Und was hat er da gerade gemacht? Junge. Crazy. Oh, das ist nicht schlecht, Digga. So ein bisschen Minecraft-Stil. Eine Wassermelonen-Strecke. Das ist ja sowas von smart, Leute. Er macht sich da jetzt was in die Hände? Salz? Oder was geht da? Ist er wirklich das Salz? Kommenten unten, wenn du es herausfinden kannst. Wie hat er das gemacht? Junge. Ich habe nur die Notifikation. Es ist ein Geist. Oh, nein, nein. Er sagt schon, dass es ein Tor wird. Ähm. Was macht der Postbote da mit dem Auto? Okay, könnte sein letzter Tag sein. Diese Dinger finde ich auch immer richtig cool, ne? Die sind schon ganz geil. Es sieht auch so verrückt aus. Der Spin? Wie? Boah, heftig, ey. Okay, und der Typ macht jetzt gerade, äh, also der geht jetzt gerade hier auf Kuscheltier jagt, oder was geht da? Okay, der Hund hat eine Mission, oder? Digi, nein! Was? Oh, wie kann der mit Inlinern umgehen? Heiliger All. Okay, der ist krass. Okay, was davon ist echt, ist die Frage. Ich habe ein ungutes... Ach, was, der oben links, der war unecht. Dicke Rutsche? Junge, guck dir das an! Puh, geil. Insano-Rutsche heißt die. Die heißt Insano-Rutsche. Oh, wie süß. Was ist das denn für ein kleiner Racker? Digga, so ein süßer Dogo, ne? Junge, wie kann man denn sieben Bälle jonglieren? Ja, folge diesem Ball, ne? Klar, Digga. Nein, gar keiner. Vier ist es, Leute, vier. Ich glaube, vier. Was ist das? Da sagt jemand Sheesh. Joa, das war krass. Und der Typ macht Kleber auf seine Freundin, oder wat? Ja, als ob die da Kleber ran... Also, also, also an Laminat Kleber, ne? Weiß ich ja nicht. Was ist hier gezeichnet? Also, das sollen wir jetzt herausfinden. Zwei sind echt, einer ist gezeichnet. Ich sage rechts. Dinger, der Stift war einfach falsch. Was ist das für eine Achterbahn? Diggi. Das ist Disneyland, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Oder? Ich würde definitiv mein Telefon verabschieden. Hier ist ein Prank, der hat diesen Mann's Seel, die seinen Körper verliebt. Ein Alligator-Kopf. Ich würde so schlecht fühlen. Oh, nee, ne? Also, ich hätte so Angst. Hier sind Spinnen auf jeden Fall viel am Start. Und dass der die auch einfach so in die Hand nimmt. Ich finde das so heftig. Wenn Menschen das können. Gibt ja mal an, wie viele Babyspinnen da sind. Oh, Junge, was ist das denn? Ah, ne Killer-Wespe. Okay, das soll wie Raketenwissenschaft sein. Gucken wir mal, was da jetzt Phase ist. Aber für real, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Diese Leute haben eine schwierige Zeit auf diesem Slide. Ach, ne. Nicht schon wieder diese Rutschen, ne? Wir haben uns schon mal so ein paar Rutschen-Videos zum Transport reingezogen. Und das... Oh, yo! Es geht straight up ins Hole. Nein, es geht nochmal rum. Oh, Diggi. Ich hoffe... Ähm... Okay, also... Ah, ja. Ja, da geht's direkt rein. Okay, jetzt kommt schon der zweite. Junge, die sind... Also... Okay, ja, sie haben's... Oh mein Gott! Die sind da sogar noch runterge... Also so rumgefallen, ne? Was geht hier ab? Neuer Flip. Aha. Okay, und... Jetzt wollen die ihre Trainer pranken, indem die einfach weg sind. Autsch. Was ist das hier? Irgendwie... Hab ich das... Oh, Junge, ist das... Clean, Alter, wie die das machen. Nicht schlecht. Hier gibt's das Secret-Tor. Sowas brauch ich zu Hause safe. Sowas brauch ich. Junge, geil. Da kannst du so viele Wertsachen lagern. Das juckt halt einfach nicht, ne? Was ist das? Eine Rutsche in Dubai? It might not be long, but not many people can say, they went down the world's highest glass slide. Alter. Das muss auf jeden Fall auch schon echt wild sein. Und was ist das hier? Eine kleine Achterbahn oder was? Railrunner. Cool. Oh, ne, ne? Was ist das? Digi, das kannst du doch nicht machen! Lass die Finger von der Spinne, Mann! Du Vollidiot, Alter! Das ist so eklig, Digi. Äh, muss ich los. Muss ich los! Äh! Digi, wer macht denn sowas? Guck dir an, wie fett die Spinne ist! Ey, der hat keinen Deckel dafür, ne? Oh! Digi, da muss ich, Alter! Hashtag erschrecken, wer sich von euch jetzt gerade fast ins Hemd gemacht hat. Sag ehrlich! Was ist das hier? Oh, der hat ja noch einen Rollercoaster, okay. Wo findet man sowas? Wer geht in sowas freiwillig rein? Krass! Okay, wir haben jetzt hier... Oh, ja, moin! Den Karate-Profi, sein Uropa. Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit einigen höchst interessanten Videos. Falls ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Danke fürs Zusehen. Abo nicht vergessen. Kuss geht raus. Denno out! Out! Bis zum nächsten Mal.